Technik Dreieck 1 In dieser Technikübung benötigen wir ein Hütchendreieck mit ca. 6 m Seitenlänge. Verteilen Sie jeweils zwei Spieler an die Hütchen. Die Spieler dribbeln auf das nächste Hütchen zu und führen eine Wende durch, bevor sie den Ball nach hinten zurückspielen. Danach stellt sich der Spieler nach vorne hin an und erhält den Ball wiederum vom Vordermann. Die Spieler nach vorne hin an und erhält den Ball wiederum vom Vordermann. Die Spieler nach vorne hin an und erhält den Ball wiederum vom Vordermann. Nun geben wir einen neuen Wendetrick vor. Sobald die Jungs diese Übungen beherrschen, können sie diese auch wie eine benachbarte Gruppe im Wettkampf durchführen. Hierzu eine weitere Variante. Die Spieler nach vorne hin an und erhält den Ball wiederum vom Vordermann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.